Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 und wir sind immer noch in der Veranderung Suche nach Kelso und wir müssen jetzt glaube ich hier in diese Bank oder was das ist und da bin ich mal gespannt da wird es jetzt richtig Action geben da bin ich mir sehr sehr sicher denn ich kenne dieses Teil also das bringt immer ein bisschen Unruhe so jetzt müssen wir mal schauen also da kommen wir jetzt nicht rein müssen wir denn da rein oder gehen wir hier direkt runter hmm ok aufzug benutzen so irgendwo wird es doch scheppern ich höre doch was habe ich ja nicht auch welche gesehen sind wir hier richtig ich glaube da geht es jetzt da vorne die Treppe runter nein geht es nicht jetzt immer nach oben gefahren wir müssen glaube ich nach unten also hier geht es ja überall noch ruhig zu dann fahren wir noch mal runter ok 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 aufmunitioniert haben wir da kommen wir nicht rein achte ich glaube da gibt es noch einen weiteren Eingang wenn ich das richtig gesehen habe wo kam denn der jetzt her wo kam denn der jetzt her ups noch einer noch jemand ohne Fahrschein ok ok so jetzt schauen wir noch mal weil ich glaube da gab es noch einen weiteren Eingang oder sowas kann das sein ok so jetzt schauen wir noch mal sind wir hier doch noch nicht richtig ja dann schauen wir mal äh ich bin etwas verwirrt ich dachte es geht hier rein in die Bank und dann geht es ab bisschen Kugelhölle naja zerlegen kann man es immer noch ja jetzt bin ich aber echt ein bisschen wo geht es denn jetzt weiter da hinten Kontrollpunkt aber da hinten muss es doch sein ich wusste es da ist einer durchgekommen übel 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 sprach der Dübel und verschwand in der Wand so was ist jetzt kommst du noch hier rum oder was also geht doch so warte warte wow so aber wie gesagt ich bin jetzt ein kleines bisschen äh verwirrt wir müssen also da runter oder müssen wir jetzt wieder nicht da runter ach jetzt müssen wir wieder da runter müssen wir jetzt vielleicht in die Bank die Bank die Bank die Bank Banküberfall so jetzt vielleicht ja das sieht jetzt so aus als müssten wir da oben rein jetzt mit dem Aufzug hoch jetzt wird da glaube ich ein Schuh draus steht ja schon wieder welche rum ja das sagen sie dann immer alle und dann ups aber jetzt habe ich doch den Eindruck es könnte doch dazu kommen so einmal Kugelhölle ich liebe es so können wir jetzt endlich in Ruhe diskutieren da hängen schon wieder die Lautsprecher rum so so es ist hier immer noch zu aber hä also ist es jetzt da drin oder ist es nicht da drin mal gucken sehen wir irgendwas auf der Karte ist das jetzt da drin oder ist das nicht da drin da spielt einer okay hä nee das ist nochmal außerhalb okay 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 ja da sind wir noch lange nicht da so wie es aussieht nur falls da jemand meint der müsste hier im Stur oh 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 upsala upsala hier im Sturmangriff mal annarschieren ah er hier ist glaube ich wichtiger wie zielgesichtet hä aha okay so immer die Munition aufnehmen habe ich jetzt gelernt nie die Munition liegen lassen ja wir haben hier wieder nur 329 Schuss so wo haben wir denn eine Kiste hier müssen wir noch irgendwo eine Kiste haben ja das macht Sinn danke danke also wie gesagt das Teil hier rotzt die Muni ja nur so raus okay also jetzt wieder hier lang äh stopp so so ups 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 so jetzt äh feiern die da drüben eine Party an dem Denkmal feiern wir mit hören die denn dazu hören die denn dazu oder ist das jetzt wieder so eine eigene Geschichte so neben Schauplatz Kriegsschauplatz oh ja da ist ah guck an da ist ja der Gomez jetzt sind wir endlich im Spiel ah klar jetzt verpisst er sich ne 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 dafür möchte ich eigentlich keine Rakete verschießen hier für den Gomez so du kriegst noch eine ist ja nicht wie bei arme Leute hier sehr schön komm aus überlegener Position wie man so schön sagt ja das hat doch gesessen so jetzt machen wir noch ein bisschen Kugelhölle danke dir ich danke dir so was wir hier aufsteigen ist ja unfassbar dann nehmen wir mal wieder mit wir nehmen mit und wo müssen wir jetzt hin okay dummdi dummdi dumm so was hat er denn feines für uns was hat er denn okay und da hinten was ist denn das jetzt schon wieder wie es aussieht haben sie sich ein weiteres Kopfgeld verdient gut gemacht aha interessant so wo sind wir denn wo sind wir denn Battery Park Liberty Informationen gefunden Kopfgeldeinsatz verfügbar Schloss Clinton hatten wir das nicht schon Schloss Clinton Kopfgeldeinsatz Kopfgeldeinsatz so das heißt da müssen wir jetzt da wieder hintigern ah lion and lynx okay lynx dann wollen wir euch mal besuchen gehen Kopfgeldeinsatz überspringen wir sagen Bestätikus und dann soll es losgehen oh da müssen wir uns jetzt aber glaube ich ein bisschen sputen haben wir denn hier noch irgendwas mitzunehmen ach da liegt noch was ja da hätten wir vielleicht noch ein bisschen warten können aber ist egal so die Raketen nehmen wir immer gerne mit da liegt sonst nichts mehr jetzt hängen wir hier wieder fest so dann würde ich doch sagen auf jeden Fall mal ein kurzes Springerle dann machen wir da zum Kontrollpunkt das passt doch dann geht es ein bisschen schneller Freunde hm so wo müssen wir hin wieso müssen wir da lang nehmen genau wir müssen hier rechts lang wir müssen rechts lang ah ja das ist diese ja ja okay 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 ich weiß das ist dieses komische kleine Vor so wo springen da welche rum ach du Schande da oben ist ja ein ganz ganz wilder ah das sind ja zwei wilde oh 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 so dann müssen wir erstmal hier ein bisschen Feuerunterstützung anfordern und aufpassen dass uns keiner von hinten doch das ist nämlich genau das was ich meinte so kommt der andere jetzt hier schon um die Ecke ist da noch mehr ja da hinten also die können die können sich um sich selbst kümmern so wir nehmen mit was geht was der Rucksack hergibt wie viel haben wir denn okay wir haben noch ein bisschen Platz auf jeden Fall denn die anderen zwei Kollegen Lynx und äh Ziel in der Nähe genau und Ziel in der Nähe die werden doch bestimmt auch noch ein bisschen was für uns droppen ja komm geh nach Hause geh zu Herrchen so wie laufen wir rum rechts rum ist glaube ich nicht so gut kommen wir hier überhaupt durch upsala ich glaube wir sind schon da ja ja wir sind schon da wir sind schon da ach du Schande ja da müssen wir erstmal raus da müssen wir erstmal raus ja da tut sich irgendwas noch an der Seite okay da hinten droht äh kümmert sich die Drohne aber da ist immer noch was aber ich hoffe das ist jetzt nicht mehr ganz so dramatisch so wo haben wir denn okay 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 überall springt hier was rum überall springt hier was rum und will hier mitmischen ups 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 ja dann gehen wir mal hier runter ach was und zwar dich oh oh na ja stell dich nicht zwischen mir und mein geschütz aha wir könnten doch da hoch äh zack ach das ach das kann man nur von oben runter lassen das ist wenn man aus der Mission rauskommt gell okay so so da draußen gibt es noch ein bisschen Material das wollen wir auch noch mitnehmen nichts verkommen lassen nichts verkommen lassen oh jetzt habe ich nicht gehört was wurde erkannt so ach das hätten wir überhaupt nicht gebraucht okay 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 weiter geht's im Konzept so so das geschütz nehmen wir mit tja irgendwo springt da noch einer rum und macht Stress siehst du das da oben haha gut dass wir es gesehen haben ach die sind wieder da hinten so ich will hier draußen eine befriedete Zone ja das wollte ich doch gerade sagen so macht das mehr Sinn okay ich würde sagen wir gehen hier gleich rein in diese schöne schöne Festung ich gehe davon aus dass es dann hier ein bisschen abgeht aber das werden wir uns erst in der nächsten Folge ansehen ich bedanke mich recht herzlich fürs zusehen jo wir sind unterwegs in der Division 2 und spielen die Fahndung auf der Suche nach Kelso Lynx und Lion müssen noch einen kurzen Moment warten und zwar bis zur nächsten Folge ich bedanke mich fürs zusehen und sage tschüss tschau cheerio euer Baden Farmer und zwar bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020